Nun sind unsere Lieblings-Set wieder da. Das bedeutet eine Hose und ein Top. Alles schon verspielt. Schaut wie ein Jumpsuit. Upsala, das ist wieder so windig bei der Präsentation. Upsala. Aber da zeige ich euch, dass es diese Hose im Blau-Ton gibt. Dann in eine schwarz-beige Ausführung und dann noch in Olivgrün und Beige. Das ist das, was ich anhabe. Der Top kostet 29 Euro mit Bündchen elastisch und Hosen 39 Euro. Wir hätten aber auch noch für Damen, die mehr Oberweite haben, für 29 Euro Viskosenoberteile in diesen zwei Farben. Da passt natürlich eine einfärbige Hose wirklich toll dazu. Das bedeutet, Hose 39, 29 ein Top. Schaut euch an, ich habe da noch ausreichend platt. Hinten haben wir ein Bändchen. Das können wir eigentlich so eng zusammenbinden, wie es uns passt. Ganz leichter Stoff, ganz angenehm, sehr beliebt und knitterfrei und es wird als Koffe Kleidung genannt. Alles Liebe. Ciao.